Ne wegen Overtime und so. Ich bin heftig, man. Ich! Ja? So, vor allem jetzt Tag-Engie. Jetzt ist beibelegt. Okay, so ist es. Ich muss weiter... Demo-Mans. Nimm doch Dem-Demo-Mans. Oh, Demo-Mans ist ja Fry. Demo-Man ist Frittier. Was? Ist Fry. Oh, scheiße. BAM! Wow! Was? Sah aber gut aus. Das glaub ich's dir. Und Punkt in der B-Note. Das Roll ist jetzt eigentlich wieder an. Ja. Okay. Positive Re-Echo-Main-Silver-Bot-Kimmer-Nice. Ich bin dieses Scheiß- Oh, der Kopf-Ding-Reich. Warum? Ah, jetzt bin ich schon wieder gespawnt. Ding ja schnell. Alter! Nein, du bist bei 26 Sekunden gestorben. Bei 0 wieder gespawnt. Geh jetzt einfach auf B draufbomben. Zack. Du könntest auch einfach mal mit unserem Medic, der zufällig nen Charge dabei hat, mitlaufen. Oh shit, da ist ne Sentry. Ich hätte nicht erwartet, dass da jemand draufkommt, die auch dahin steht. Wo ist da einer? Na da. Standard Posey. Aha! Geil! Ja, der Engie ist mitsamt Dispenser und Sentry tot. Ja, ich bin ja auch sick. BAM! Ja, der Junge sch forums nicht. zasad gar nicht zum wasgelaufen ist. heat-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de. wenn er kommt einiges vorliegten von oben von oben mitschweiler in der Kirche und euch alle gerettet die nun mal eben jetzt scheiß auf Medipack es muss einfach sein ich meine hallo wie hätte ich es nicht tun können ich bin grad übelst hart verwirrt nein 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 in Kombination nicht beides gleich wenn du das gleichzeitig bist das gibt ein sehr komisches Ergebnis hart und verwirrt ich habe keine Konsole vor Ort ich will eine Konsole macht ihr eine Ahn ja wie äh äh Toggle Developer Console äh entgegen oder halbieren die Kurve wie auch immer geht nicht okay was ist nicht belegt unfriggen happy und gibt noch einen Scouten Airshot mit auch ich hab mich überlegt was ist nicht was ist nicht belegt für eine Taste scheiß Dreck was genau willst du tun Konsole irgendwo drauflegen die ist nicht belegt ne i ist nicht belegt und p ist ja nicht belegt ey das war grad ziemlich awesome und ich glaube ich hätte auch so machen können oh yeah okay zählen in Japan Null weil alter Jäger mal gar nicht so als Demo ohne Nuller in Tat ha 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 geht generell nicht wirklich gut äh ne wie noch mal die Map u 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 w u 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 w 2 die Lüge getötet wir haben einen Tag Teile und wir gehen auf die die Brot kann nicht abschießen vor Ort hätte schon gefressen bis hin der Medik ist der du Gottrupp und vor Killing Jodos Berg Quicks Krupp nicht ich habe dank die hast du gebraucht und das ist ein fach fk vielleicht ist es auch einfach nur die freiwillige alterskontrolle fb er recht du hast ein ding alle hat was habe ich denn schon alle hat ich bin kein alert child of crows, thailand, kyra schön schenkt euch alle behinderten sau teuren ringe auf behinderten ist im doom moment bist du die möhre? ja die möhre mit der scottisch resistanze ja das glaube ich jetzt gerade nicht der macht die doch tatsächlich nicht noch scheiß manchmal so könnte ich ich könnte so kotzen, wa? wat? bist du die scottisch resistans dabei? ey ja ich mein die ist manchmal cool, ja, aber... uber defense tag, genau oh kinder die juloswag trifft doch von vier Pa... also er steht still und will Pipes in euer Fenster vom Punkt B reinschießen und er trifft eine von vier ins Fenster rein ja er steht still er steht still dem air shoots dem air shoots dem air shoots dem 30 fps dem 30 fps 30 fps wo fuck ich brauch muni geh weg scout wie der hat meine... der hat meine... stickies kaputt gemacht ah stopp mir du sau fuck soo verschissen ubercharge katsch hahahahahahahahahahahahahahahaha geil hast du das gesehen? aaaah geil wärst mir sehr verbunden, wenn du deine stickies jetzt nicht zündest wieder da muss auch da lege stehen genau die da den hab ich grad eben da hingelegt Puh, aber dieser Bottlekill gerade eben war einfach so geil, so äh, hast du das gesehen? Ich hab's nicht ganz gesehen, ich hab nur so, halt so, ich bin einfach, ich wurde irgendwie weggejuggelt und zwar ziemlich krass nach vorne, bin ich so 10 Meter nach vorne geflogen, hatte die Bottle gerade in der Hand, fliege den Dämon ins Gesicht und haue ihn mit der Bottle. So, jetzt kommt die Königsdisziplin, mit Scottish Resistance, Jumping. Oh Gott. Warum habt ihr B als erstes gekappt? Mir leid. Ich meine, B. Ihr ist nur zur Hälfte verteidigt, ab. Puh, das Ding... Ey, Leute, warum interessiert ihr euch für den... Der ist gecappt. Lass den doch stehen und dann kann er nicht mitverteidigen. Übrigens, sehr schöner Tipp. Was genau? Wie der überhaupt nicht blind war. Zum Glück. Oh, hallo. Dein Airshots, hast du's gesehen? Ja, aber sick war der. Der war so richtig sick. Dieser Heavy. Ich stelle mich hinter ihn, haue ihm sechs Dickies unter die Füße, er dreht sich einmal komplett im Kreis, guck, doof. Ich stelle mich mit dem Nade-Launcher vor ihn. Tante. Mach Kabüm und zünd das Ding. Das ist ja quasi Bilderbuch. Oh, Gott. Gisela Müller schenkt Snake, do swear-glicious. Aber wo sind wir heute? Wo sind wir denn unseren hübschen Mediche? Komm, unser Mediche. Oder so, keine Ahnung. Haben wir nicht schon einen Spy? Das war der unser Spy. Lala-LP. Alter, da können sich sogar schon Tele-Tubbies einen fucking YouTube-Account machen oder was. Wenn wir Tele-Tubbies keinen fucking YouTube-Account haben, dann weiß ich auch nicht. Echt, wer ingame LP am Namen hat. Ey, du kannst doch nicht! Boah! Du kannst doch nicht gechargt werden. Und wenn ich grad... Doch, hast du doch gesehen, Mann. Gut, mach den einfach. Äh, merkst du eigentlich was, oder? Ey! Komm hier, Melee, Melee, komm her! 240 AP, wie viel hast du? Fuck! Tocht und blöd! Baust du, was ich ins Mütz? Ach, sag gut aus! Alter, der B-Note ist los. Ich bringe die weltbekannte Braunbeer-Note. Die B-Note. Ah, die Braunbeer-Note. Ich fährt ein. Ah! Prozent um Prozent mit Schönen Prozent die Kürze über Kürz ab der Prozent Reis das soll ich spielen Ich bin wenigstens ein Ziel Kau dir auf die Eier, Mann Komm her Du kaust mir auf die Eier Kau dir in die Eier Das wird widerlich Alter Das wird widerlich Ja, weil so So richtig böse, hartgekochten Eiern rumzukauen ist dann doch Ich hab's noch gerettet Keine Ahnung, von was du redest Sau besser so Okay Oh, ich nehm jetzt den Swag mit YOLO Swag Quickscope Ninja Mit ganz vielen Zahlen im Namen Wo geht's hin? Scheiß, Dreck Ah, okay, alles klar Ich hab so Schön Skip Jump über die kleine Hütte gemacht und dann, oh fuck Ich mein, der Rocket Jump an sich war ja nicht schlecht Aber Ja, aber du liegst da halt so Ja Hm, will spawnen Ne, doch Spawn Spawn Ich glaub, unser Medic Ja, euer Medic Kriegt den Bad Wischelshausener Bad Positioning Award Des Jahres 2012 Die Gegner Kommen von da vorne Aus dem Ausgang Ich hab's kommen gesagt Ähm Und Ich steh Weiter hinten Bekämpfe hinten noch einen Jetzt spammt der Demo mich zu Und der Medic stellt sich direkt Also wirklich in den Strom von Angreifern, die da rauskommen So legt der Metal nicht weg Volpi war das Oh Gott Thou have been extinguished Ist Volpi noch schlechter geworden, als dass ich eh schon war? Krass Schon heftig Swagalicious hat sich aufgelöst Swag Ohhhh Moment mal Ich rieche was Ich rieche was Sorry Nicht so Wird's einfach funktionieren Wiedem? Nein, ich brauch die Punkte Ich brauch die Punkte So Gut, wieder auf den Punkt Bestell Ah, das klappt nicht mehr Du kannst Geil, oder? BAM Du bist doof Wenn du in diesen Schlitz schießt, bist du einfach so immer Ach so, ich hab gedacht, du hast einfach Das macht so Das macht so Ich rieche, ich rieche, ich rieche Ich meinte einfach, du hast den Schlitz schießen Sag mal egal, was wir hier gerade machen Es spielt auch irgendwas an, oder? Was? Du hast durch den Schlitz geschossen So Was willst du? Dein Tod Mit Käse, oder ohne? Hier ist nur der Mitnehmen Und die Das macht so Was machen wir denn jetzt? Sag das, die Wand Du dann läufst gegen die Wand Okay Oh, oh, das war Voll Wie du Uhren Ey Screw Purs Was für ein Ding? Wie heißt die Deine fucking Scattergun? Keine Ahnung, irgendeine Alliteration, wie er von mir geklaut hat. Ja, einfach so eurer Nachmacher. Wie heißt es? Was wollte ich denn sagen? Dieser Scout, euer blauer Scout gerade eben. Ja. Wirklich, das ganze rote Team steht vorne. Der Scout brennt, low HP, rennt durch und schlägt mir mit dem Fisch ein rein ins Gesicht. So fast, Will. Why? Nein! Es kommt so an. Ah, pfff! Manche, manche. Volpi hat doch bestimmt gerade 8 Chargen gemacht. Jetzt killst du dich ein bisschen. Das musste einfach sein. Ich konnte den nicht weglaufen lassen. Ich musste den gerade töten. Weil ich wusste, dass es ein Spy ist. Wie ich es wusste. Also, Medic heilt mich, du bist nur es oder so, du kannst das. Heil mich, du Sau! Heil mich! Nein! Mich... Ich bin wichtig. Danke. Ich würde mal auf den Servernamen gucken. Paul Tortsmann. Ja, das macht doch nichts. Ja, und? Wobei ich muss sagen, als Medic zeigt denn nicht die größten Qualitäten. Muss ich ganz ehrlich zugeben, das ist das gut. Oh nein, ich schieße auf diesen Engineer. Er hat nur ein normales Sandhüter stehen. Er hat also 125 HP. 122 Damage, Winnie Cridge. Er hat nur noch 3 HP. Dam Endschvat! Er hat lange keiner sauber gemacht. Da sind Spinnenweben im spawnen. im Spawn im Spawn wie du grad so gefragt hast im Spawn, so als würdest du einen Unterschied machen ob es in oder außen ist im Spawn ne, achso, ja, gut im Spawn, ne, ich meinte an der Dönerbude achso so ne Antwort hätte ich jetzt eher erwartet so was, weißt du, so was pfiffig-knackiges pfiffig-knackiges, oh, da muss ich nochmal im Lager gucken ob wir da sowas haben hast du da noch sowas? nee, pfiffig-knackig ist leider aus aber wir hätten noch äh, alt und ranzig hmm, why my items are blocked uff, hier hochzuschießen you items be blocked because you used them blocked items ich wollte es jetzt mal nur gesagt haben und so man muss es doch auch mal klarstellen, ne? das ist nicht klar äh, äh, war das klar, verdammt ich mich selbst verdammt warum steht eigentlich niemand oben drauf, außer mir? ey, immer dieser Medic mit seinem fucking Crossbones nein ähm, doch doch ... oh, gott ... Where you want's nicht Weapons, where you want's where you want's na, nee, ist klar kenta was ist es nicht der grad gefragt hat was macht der Medik hier, der kommt mit der Übersaw völlig uncontested auf den Punkt hoch und drückt was wollen die Leute von mir? Ohn Diamondback, ich will auch Items finden, man ich kann wieder Items finden, yo mein Account ist besser geworden Ja, und vor allem das beste ist heute ist ja gut, du müsstest sowieso wieder welche finden blablabla, das ist nicht viel Okay, darf man hier eigentlich craften? Ich weiß schon gar nicht mehr auf deinem Service Kraft-Ding darf man das machen? Kraftbestellungen Waaaaat, ja jetzt craften stellt sich so ein Hongo auf den Punkt Hongo, was ist das denn? weiß genau was ein Hongo ist ich hab mich nur auf den Punkt gestellt ähm okay ähm, 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 ich will sagen, dass das genug Team Fort ist fürs erste ich würde jetzt sagen, wir nehmen jetzt mal ja, jetzt kommt Gold Rush, das muss nicht sein Black Blyde, okay, wir spielen jetzt Black Blyde tschüss 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 tschüss